täglich zu erneuern. Die Liebe in der Ehe sollte nicht egoistisch sein, sondern sich entfalten und in die Welt ausstrahlen. Die Predigt fordert dazu auf, sich gegenseitig im Ehebund zu unterstützen, das Beste im Partner hervorzubringen und die Liebe Gottes in die Gesellschaft zu tragen. Das Gebet spielt eine entscheidende Rolle, um diese Gnade zu aktivieren und die Beziehung aufrecht zu erhalten. Die Predigt erinnert daran, dass die Ehe nicht nur aus der Hochzeitsfeier besteht, sondern aus unzähligen Tagen und Jahren, in denen die Liebe erneuert werden muss, um nicht zu erlöschen. Wir erfahren, dass die Ehe mehr ist als nur eine Zeremonie. Sie ist eine Verbindung von zwei Seelen, die sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam Gott dienen. Die Gnade des Ehesakraments ist ein Geschenk, das uns hilft, in unserer Beziehung zu wachsen und die Liebe Gottes in die Welt zu tragen. Wir müssen darum beten, dass diese Gnade täglich erneuert wird, denn die Liebe in der Ehe darf nicht erlöschen. Sie sollte nicht egoistisch sein, sondern sich ausbreiten und anderen dienen. Die Ehe ist eine Reise, die nie endet. Also lasst uns darum bitten, dass die Liebe in unseren Ehen immer lebendig bleibt. Amen.